Hallo zusammen, willkommen zurück zu Dart & Flutter, heute mit einer Input-Sache, ab heute wahrscheinlich. Das heißt, wir wollen uns heute oder in den kommenden paar Videos mit Inputs beschäftigen. Und dazu habe ich schon mal ein bisschen was vorbereitet, was natürlich noch nicht implementiert ist. Wundert euch darum bitte nicht. Wir wollen hier im Endeffekt nur ein Scarefold aufbauen und das soll wiederum eine Input-Demo verwenden. Das wiederum benutzt ein State und in diesem State geht es eigentlich ab. Deswegen habe ich den Teil schon mal vorgemacht. Und ja, da brauchen wir eigentlich nicht wirklich irgendwie was anderes. Also das ist im Endeffekt der Standard, wenn man irgendwie eine Stateful-App haben möchte. Deswegen dachte ich mir, okay, das könnt ihr mittlerweile. So, jetzt hier in unserem Bild von unserem State an sich wollen wir natürlich ein bisschen tiefer gehen. Und zwar wollen wir hier als allererstes mal ein Scarefold zurückgeben. Dieses Scarefold soll dann natürlich auch einige Sachen beinhalten. Und in unserem Fall ist das einfach ein Body, der ein Formular beinhaltet. So, und diese Formulare, die brauchen jetzt sehr, sehr viele Informationen. Und ich glaube, ich habe dazu schon teilweise was gemacht. Ihr solltet auf jeden Fall euch auskennen mit Keys. Keys habe ich ja schon gezeigt. Das sind die Dinge, die man nutzt, damit einzelne Variablen oder einzelne Felder eben eindeutig sind. Das heißt, dass man sich eben merken kann, was zum Beispiel gerade aktiv ist und so weiter und so fort. Jetzt machen wir hier natürlich Folgendes. Wir müssen diesem Ding explizit einen Key mitgeben, damit wir nachher genau sagen können, hey, dieses Formular hier, das brauchen wir. So, dazu baut man sich normalerweise seinen eigenen Key und zwar innerhalb unseres States. Und wir werden sehen hier, dieses Mal wird die Klasse von unserem State ein bisschen größer werden, als sie es bisher war. Das heißt, wir sagen hier, ein Final Global Key, genau, Global Key von Form State, ach, je, je, von Form State meine ich natürlich, und wir nennen die normalerweise Form Key oder sowas, ist gleich Global Key von Form State über, ja, über eben gar nichts, der wird quasi neu generiert. So, das ist einfach nur für uns, damit wir wissen, okay, dieses Formular wird jetzt referenziert. Und dieses Mal geht es auch ein bisschen tiefer, jetzt merken wir auch, warum wir diese ganzen Keys benutzen werden, denn wir werden später mit den einzelnen Feldern darauf zugreifen, wenn wir die überprüfen wollen. Das heißt, wir tragen hier unseren Key vorm Key ein und können erst danach wirklich weitermachen. Also bei einem Formular sind die Keys wirklich verpflichtend, kann man fast sagen. So, der nächste Fall ist jetzt natürlich, was für Inhalte haben wir eigentlich da drin und was für Inhalte wollen wir da drin. Und hier packen wir jetzt ein Child rein. So, und ich mache das jetzt ganz gerne mal so bei Formularen, ich habe mir das irgendwann mal so angewöhnt, dass man hier mit Scrollbars arbeitet. Also diese Dinger hier, die man vielleicht von Webseiten kennt, Scrollbars sind quasi an der Seite zum Runterziehen, damit ihr quasi, na, hier, das ist auch eine Scrollbar, okay? Und ja, das ist tatsächlich sehr sinnvoll, vor allem, wenn man viele Eingaben hat, wenn man natürlich nur ein Login-Feld braucht oder hat, dann braucht man das nicht, aber in vielen Fällen ist das sinnvoll. So, eine Scrollbar braucht Items und die brauchen natürlich noch vielleicht, also Item oder Item Child ist verpflichtend. Man kann natürlich noch mehr rein tun, ihr kennt das Ganze mittlerweile, Steuerung, Leertaste drücken und dann seht ihr, was alles verfügbar ist. Die anderen sind allerdings nicht ganz so relevant und zwar, ja, das sind eigentlich alles nur optionale Sachen. Wir wollen hier ein Child rein machen und sagen, okay, dieses Child ist jetzt eine Single Child Scroll View, okay? Das ist jetzt quasi einfach mal, seht her, dieses Kind gehört in eine Scrollbar rein und enthält nun alle Elemente, die für diese Scrollbar relevant sind. Fragt mich bitte nicht, warum man dafür so viele Unterklassen braucht, das kann ich euch leider nicht beantworten. So, ihr seht, hier haben wir gleich noch ein paar mehr Informationen. Wir können sogar einstellen, welche Richtung man scrollt mit der Scroll Direction, die für euch außerhalb des Bildes ist. Das ist das Einzige, was außerhalb des Bildes ist für euch. Aber wir haben auch noch Reverse, Restoration, ID, Primary und so weiter und so fort. Und ja, wir wollen hier nicht wirklich was Besonderes machen. Lasst uns vielleicht ein Padding setzen, damit es nicht ganz so gedrungen wirkt. Aber heute soll es eigentlich nicht so sehr um die Design-Geschichten gehen, sondern eher um, wie mache ich das eigentlich? Und wir sagen hier, wir wollen das Ganze horizontal auf 16 Punkt symmetrisch gestalten. So, okay, das Nächste ist, wir wollen hier Kind-Elemente haben. So, diese Kind-Elemente, wie sollen die jetzt aussehen? Und hier müssen wir uns natürlich fragen, wie wollen wir am Ende dann eigentlich scrollen? Und wenn wir jetzt natürlich sagen, wir scrollen von oben nach unten, was man ja bei einem Formular normalerweise macht, dann hat man normalerweise eine Spalte. Also eine einzige Spalte und in diese eine einzige Spalte kommen dann eben mehrere Zeilen rein. Deswegen bauen wir uns hier eine Column. Wir brauchen ja mehrere Kinder als nur dieses eine. Okay, das heißt, wir geben hier an, wir wollen die Kinder haben. Und jetzt müssen wir uns überlegen, ja, was genau sind das eigentlich für Kinder? Und hier kommen jetzt die interessanten Sachen rein. Und zwar sind das eigentlich alles Text-Form-Fields. Text-Form-Fields. Diese Text-Form-Fields enthalten jetzt im Endeffekt alle Informationen, die man eingeben kann, brauchen aber ein paar Informationen, damit der User natürlich auch weiß, was er eingeben soll. Und diese Informationen sind gar nicht so unwichtig. Zunächst einmal, die Text-Form-Fields bekommen sogenannte Decorations erstmal, damit wir natürlich, wie gesagt, den Usern sagen können, was da eigentlich reingehört. Und so eine Decoration ist eine Input-Decoration. Input-Decoration. Und diese Input-Decoration wiederum hat auch sehr, sehr viele Felder. Und ja, es tut mir leid, das ist halt einfach Dart-Stil sozusagen, 50.000 Sachen ineinander zu packen und dann zu merken, yo, ich habe vielleicht da draußen was vergessen. Ja, wir haben hier die Möglichkeit, erstmal ein Icon zu setzen. Dieses Icon sollte uns Aussagen darüber machen, oder eine Aussage darüber machen, was das genau ist. Wir werden jetzt hier tatsächlich mal eine E-Mail-Adresse vielleicht oder sowas nehmen. Das heißt, wir sagen hier Const-Icon, icons.email. So, wunderbar. Und das nächste, was wir hier noch einpacken wollen, ist der Hint-Text. Das ist das, was wir quasi vorschlagen. Also, was wir, wenn wir draufklicken, wegklicken würden. Das zeige ich euch sofort. Das heißt, das, was uns angibt, was da eigentlich rein sollte. Und hier kann man sowas machen wie E-Mail-Adresse. Oder ich glaube, man schreibt offiziell E-Mail. So sollte es passen. Und jetzt haben wir noch die Möglichkeit, wobei wir schreiben hier mal deine E-Mail-Adresse, dann wird es klar, was da der Unterschied ist. Denn wir haben auch noch die Möglichkeit, einen Label-Text anzugeben. Und hier geben wir jetzt mal an E-Mail-Adresse. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz und starten das mal, was genau wir schon haben. Und wir sehen hier, okay, wir haben einen Input. Und wenn wir hier draufklicken, dann sehen wir hier deine E-Mail-Adresse und wir können was eintippen. Okay, ihr seht den Unterschied zwischen den einzelnen Dingen. Okay, ich kann leider nirgends immer anders draufklicken gerade. Problem ist, dass ich es euch da nicht zeigen kann. So, ich habe es jetzt nochmal kurz neu gestartet. Und ja, ich hätte auch einfach hier draufklicken können wahrscheinlich. Aber nee, das tut nicht. Ihr seht hier E-Mail-Adresse. Das ist der Label-Text, während wenn ich draufklicke, dann erscheint hier deine E-Mail-Adresse. Okay, das heißt, ah, okay, so würde es funktionieren. Super, ich bin mit diesem Handy leider nicht wirklich vertraut, das tut mir leid. Aber ja, das wäre dann sozusagen der Unterschied zwischen Hint-Text. Der erscheint erst, wenn wir draufklicken und dann können wir hier was eingeben. Und wenn wir was eingeben, verschwindet der Hint-Text. Aber das normale Label steht oben drüber. Und das bleibt da auch stehen, wenn ich das jetzt hier so mache. So, jjjjjj ist natürlich keine gültige E-Mail-Adresse, wobei das Icon hier nebendran ist auch ganz schön. Aber wir müssen hier natürlich noch irgendwie Validation machen am Ende. Und wir müssen die Daten noch irgendwie speichern, wenn wir hier fertig sind. Und ja, das machen wir wahrscheinlich heute nicht mehr. Ich möchte jetzt heute noch eine Sache mit euch machen. Und zwar dieses wunderschöne Text-Form-Field hier fertig. Ich drücke mal bitte STRG-Leertaste und ihr seht, hier habt ihr wirklich, wirklich viele Möglichkeiten, Sachen anzugeben. Also die Dinger sind sehr komplex. Wir brauchen zwei Sachen noch. Und zwar einmal brauchen wir ein On-Save, brauchen wir auf jeden Fall. Hier wird ein Wert, der eingegeben wird, wenn man auf Speichern oder Absenden drückt, an eine Funktion gesendet. Und wir machen das jetzt hier mal ganz kurz an Print von Value. Den Rest machen wir am Ende dann. Und wir können hier noch weitere Sachen angeben, die absolut sinnvoll sind. Der Validator ist natürlich erstmal dazu da, euch auch einen Value abzubilden auf eine Funktion, die erstmal in dem Fall einfach Return True zurückgibt. Wobei wir das so nicht machen können. Wir sagen hier, selbstverständlich, wir machen das so. Und das Return True, ja verdammt. Verschieben wir hier rein. So, das wäre unser, beziehungsweise nein, wir müssen hier Null zurückgeben. Null gibt man zurück, wenn es in Ordnung ist. Und wenn es nicht in Ordnung ist, dann gibt man einen anderen Wert zurück. Wir machen das aber mit den Validatoren noch separat. Und hier können wir allerdings, also unter dem Validator, unter dem OnSafe, können wir eben trotzdem noch diese ganzen anderen wunderschönen Dinge hier angeben. Unter anderem, was der eine oder andere von euch wahrscheinlich ganz gerne mag. Und zwar können wir hier das Keyboard ändern. Keyboard Type können wir setzen auf Text, Ups, Text Input Type Punkt. Und jetzt könnt ihr euch hier aussuchen, was davon ihr eigentlich gerade angeben wollt. Das heißt, ihr könnt hier sagen Date, Time, E-Mail Address, Multiline, Name, Number, Phone, Street Address und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ihr ein Passwort sichtbar anzeigen wollt, müsst ihr natürlich Visible Passwort nehmen. Wenn ihr allerdings zum Beispiel eine E-Mail Adresse nehmen wollt oder eine Nummer oder eine, also eine Telefonnummer oder eine Adresse, dann habt ihr nur das hier zur Auswahl. Dann ist quasi das Input, also das Keyboard ein bisschen limitierter. Es kommt auch darauf an, was genau das Keyboard alles unterstützt. Also manche Software, das sind ja alle Software Keyboards übers Handy. Manche unterstützen diese ganzen verschiedenen Modi hier nicht. Aber wenn die die alle unterstützen, dann habt ihr hier immer die einzelnen Möglichkeiten zu sagen, was genau was ist. Und das ist ziemlich cool. Wir nehmen hier natürlich mal die E-Mail Address, damit wir hier wirklich nur die Sachen haben, die man für eine E-Mail Adresse auch hat. Und jetzt starten wir das Ganze nochmal kurz neu. Und wir sagen hier mal kurz, wir sind fertig und klicken hier nochmal rein. So, wir sehen, wir haben hier das Ad direkt hier unten angegeben. Während wenn ich jetzt hier Phone oder sowas machen würde, starten wir das nochmal kurz neu, machen wir das nochmal zu und klicken hier drauf. Dann sehen wir hier plötzlich, ah okay, ich habe jetzt plötzlich hier halt die Zahlen oder die Wahltasten, die ich auch bei einem Telefon hätte. Also ich kann hier eben zum Beispiel wählen, wie halt eine normale Telefonnummer. Was ich natürlich für eine E-Mail Adresse zum Beispiel nicht bräuchte. Und das ist halt der interessante Punkt hier. Das heißt, wir sagen hier natürlich E-Mail Address dazu und damit haben wir was Gutes. Auch nützlich ist die Max Length zum Beispiel, kann man hier sagen, die wird dann auch im Feld angezeigt. Und zwar können wir hier zum Beispiel sagen, eine E-Mail Adresse ist niemals 100 Zeichen lang, beziehungsweise immer kürzer. Aber wir müssen es dann auch wirklich separat angeben. Es soll bitte auch wirklich erzwungen werden, dass es 8 Zeichen sind oder mehr als 8 Zeichen oder wie auch immer oder halt 100 Zeichen in unserem Fall jetzt. Quatsch, das muss einfach nur auf True gesetzt werden. Dann zwingen wir den Nutzer eben weniger als 100 Zeichen zu machen. Ich mache das jetzt mal ganz kurz hier auf 8 Zeichen. Das heißt, wir haben hier maximal 8 Zeichen zur Verfügung für eine E-Mail Adresse, was wirklich wenig ist. Wir sehen hier hinten auch 0 von 8, das heißt, wenn ich jetzt hier Q, W, machen wir einfach ein paar Mal. So, ich kann hier nicht weitergeben, das heißt, ich kann das Ding nicht mal abschicken. Bitte, eine Sache ist wichtig. Wenn ihr hier sowas im Frontend, also in eurer App validiert, dann heißt das nicht, also wenn ihr das nehmen wir mal an in eine API reinschickt, dann heißt das nicht, dass ihr diesem Ding hier auch vertrauen dürft. Es ist eine Frontend-seitige Überprüfung. Damit kann man sie immer umgehen. Und das ist jetzt der Security-relevante Aspekt hierbei. Wenn ihr einstellt, dass eine E-Mail Adresse zum Beispiel nur so und solche Zeichen haben darf, also dass ich zum Beispiel nicht ein Plus oder sowas reinschreiben darf und das alles perfekt eingeht, kann es trotzdem sein, dass in eurem Backend, also in eurer API, die ihr zum Beispiel mit Flask schreibt, dass dann was Bösartiges ankommt. Das ist völlig normal. Das machen, ja, das machen Pentester oder Hacker permanent quasi. Und deswegen müsste ich hier sehr, sehr vorsichtig sein. Also auf keinen Fall irgendwie drauf vertrauen, dass das auch wirklich so stimmt, was dann am Ende bei euch auf dem Server ankommt. Das ist rein für den User eine visuelle Anzeige, was ihr eigentlich von ihm wollt. Also zum Beispiel eine E-Mail Adresse, die maximal acht Zeichen lang ist. Das ist technisch aushebelbar, ohne Probleme. Deswegen verlasst euch da bitte auf keinen Fall drauf. So, da in diesem Sinne möchte ich das hier mal wieder auf die 100 Zeichen hochstellen. Und ja, jetzt gibt es noch eine weitere Sache und zwar das Password-Field. Das könnt ihr natürlich auch verwenden. Password, was ihr hier findet. Das heißt, ja, aber das machen wir jetzt hier nicht mehr rein. Wir packen jetzt unten noch ein Button rein und dann wollen wir diese Sache erst mal zumindest abschließen. In dem Sinne machen wir nämlich hier auch ein Komma rein und dann ein Center von einem Child-Element. Und zwar ein Elevated-Button-Element. Das wiederum ein weiteres Child-Element hat. Und dieser Button haben wir, nennen wir jetzt einfach mal Senden. So, und das wäre quasi unser, ja, soll natürlich ein Text-Widget sein. Und da ist im Endeffekt ein Senden dran. So, ihr seht vielleicht auch, es macht nicht wirklich einen Unterschied, ob ihr jetzt hier mit Buttons arbeitet oder ob ihr mit irgendwelchen anderen speziellen Dingen arbeitet. Wir machen jetzt hier einfach mal noch ein On-Pressed rein. Und dann sagen wir hier, okay, das wird ein Function-Handler und zwar ein Handle-Submit-Button. Handle-Submit-Button. So, dieser Handle-Submit-Button ist natürlich noch nicht drin. Das ist ein Button, der erstmal, ups, das soll keine Klasse sein, bitte. Das soll eine, eine Method werden. So, und dieser Button muss erstmal noch gemacht werden, logischerweise. Aber die App ist soweit schon mal, äh, okay, das war nicht der Plan. Ich wollte nicht aus Versehen Dart.html importieren. Ups, so, jetzt aber. So, und das ist im Endeffekt unser Senden-Button. Hier passiert noch nicht wirklich was. Ich kann aber meine E-Mail-Adresse eintragen und schon mal abschicken. Und ja, ich muss jetzt natürlich noch irgendwie ein paar Sachen machen. Und zwar einmal muss ich hier meinen Validator vernünftig implementieren. Ich muss implementieren, wie das Ganze eigentlich gespeichert wird. Und ich muss mein Submiten auch noch irgendwie handeln. Und ja, das wollen wir jetzt alles im nächsten Video machen. Heute ging es, wie gesagt, erstmal ums Layouten. Und ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.